Meine Diversitätskriterien gehen eigentlich immer mehr in Richtung Intersektionalität. Es ist nicht nur Hautfarbe, es ist auch Hautfarbe. Und bei Nelbe Noir haben wir natürlich den Fokus darauf. Aber Diversität bedeutet für mich verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven im Hinblick auf Hautfarbe, sogenannter Herkunft, kulturellen Hintergrund, aber auch Geschlecht, sexuelle Orientierung, einer bestimmten körperlichen Beschaffenheit. Also das ist sehr breit gefächert für mich. Diversität sind einfach unterschiedliche Perspektiven.